Tom's Talk Time Folge 862 In der heutigen Episode von Tom's Talk Time tauchen wir tief ein in die Welt der künstlichen Intelligenz und wie sie dir als Unternehmer helfen kann, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Wir sprechen darüber, wie du mit KI riesige Datenmengen durchforstest und herausfindest, was deine Kunden wirklich wollen. Außerdem erfährst du, wie du durch Vorhersagemodelle nicht nur im Hier und Jetzt entscheidest, sondern schon heute weißt, was morgen wichtig sein wird. Hört sich ein bisschen gespenstisch an? Ja, ist es irgendwie auch. Aber für dich als Unternehmer sind solche Strategien absolutes Gold wert. Also bleib dran, hol dir wertvolle Tipps und lerne, wie du dein Unternehmen durch intelligenten Einsatz von KI aufs nächste Level bringen kannst. Erfolgs-Podcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hallo Podcast Nation. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich begrüße dich heute wieder bei strahlendem Sonnenschein aus dem immer sonnigen und freundlichen Dubai und freue mich, dir auch heute wieder ein spannendes Thema näher bringen zu dürfen. Heute geht es um das Thema Datenanalyse mit KI und Vorhersagen für Geschäftsentscheidungen. Oha, das hört sich schon mal sehr, sehr groß an und das ist es auch. Ganz ehrlich, wenn du Unternehmer bist und das weiß ich ja, dass du es bist, dann ist das ein Thema, das dir definitiv einen ordentlichen Vorsprung vor deiner Konkurrenz verschaffen kann. Es geht nämlich darum, wie du mithilfe von künstlicher Intelligenz nicht nur deine Daten besser verstehst, also die du quasi gesammelt hast, sondern auch in die Zukunft schauen kannst und das Ganze kombiniert mit externen Daten, die draußen im Internet vorhanden sind, teilweise sogar auch schon zu deinen Kunden oder zu deinen Kontakten, die du hast, dessen Daten du aber noch nicht hast. Also du hast zwar den Teil der Daten, aber nicht die, die wirklich alle im Internet verfügbar sind. Also lass uns einfach mal direkt loslegen. Wie immer habe ich mir wieder ein paar wichtige Punkte herausgesucht, die ich dir kurz erklären möchte, um dir wieder einen maximalen Mehrwert bieten zu können. Also los geht's gleich mit dem ersten Punkt. Und zwar Einführung in die KI-gestützte Datenanalyse. Okay, bevor wir in die Tiefe gehen, lass uns erst mal klären, was überhaupt KI-gestützte Datenanalyse bedeutet. Im Grunde geht es darum, große Datenmengen zu nehmen und mit groß meine ich wirklich groß, also wirklich riesige Daten, Big Data, wie man so schön sagt, und dann mithilfe von Algorithmen Muster darin zu erkennen oder besser gesagt mithilfe der KI Algorithmen und Muster darin zu erkennen und die KI kann das in einem Tempo und mit einer Genauigkeit, die für uns Menschen einfach nur völlig unmöglich wäre. Also das geht gar nicht. Stell dir mal vor, du hast Verkaufsdaten, Kundenbewertungen und Social Media Feedback. Die KI geht jetzt diese Daten durch und findet heraus, was zusammenhängt und gibt dir dann auch noch direkt Handlungsempfehlungen. Das heißt, die KI sagt nicht nur, hey, das ist ABC, sondern die sagt dann auch noch, hey, das ist ABC, von daher solltest du jetzt unbedingt DEF machen. Also das ist schon ziemlich cool. Das heißt, du musst dich nicht mehr künftig auf dein Bauchgefühl verlassen, sondern kannst echte Daten nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und das ist heutzutage wirklich absolutes Gold wert, wenn du deinen Erfolg wirklich maximieren willst. Der zweite Punkt, die Macht der Vorhersagen. Und jetzt kommt der spannende Teil. Also ich meine, das ist eigentlich alles spannend irgendwie, aber das ist so, die Vorhersagen ist nochmal so ein bisschen so in die Glaskugel gucken, was wir uns als Unternehmer ja wirklich immer wünschen, dass wir einfach wissen, was ist der große Trend von morgen. Die KI kann nicht nur sagen, was gerade passiert, sondern auch, was wahrscheinlich als nächstes passieren wird. Und das nennt man quasi Vorhersagemodelle. Machen wir mal ein Beispiel dazu. Stell dir vor, du willst wissen, welche Produkte sich im nächsten Monat am besten verkaufen werden. Die KI analysiert Trends aus deinen eigenen Verkaufszahlen, die Marktdaten, also sprich externe Daten und das Verhalten deiner Kunden, deren Daten du selber hast, aber auch deren Daten im Internet vorhanden sind. Und aus diesem ganzen Wirrwarr an Daten, die für uns wahrscheinlich gar nicht richtig überblickbar wären, gibt die KI dir eine ganz klare Prognose. Und das bedeutet, du kannst schon heute planen, was du morgen verkaufen wirst, weil du einfach genau weißt, was gefragt sein wird. Und das gibt dir auch wieder einen riesigen Vorteil gegenüber deinen Mitbewerbern. Und das Beste daran, du kannst solche Vorhersagemodelle auch nutzen, um deine Ressourcen einfach besser zu verteilen oder um gegebenenfalls auch Engpässe frühzeitig zu erkennen. Das, finde ich, ist ja auch schon mal gar nicht so uncool, oder? Weil, ich meine, jeder kennt das als Unternehmer. Es kommt dann irgendwie eine große Nachfrage, man weiß vielleicht gar nicht genau, warum. Und plötzlich wird es an irgendeinem Produkt eng und man denkt sich, ah, Mist, Scheiße, ich kriege die jetzt nicht so schnell wieder nachgeliefert oder beziehungsweise nachbestellt, dass ich die ausliefern kann. Und da muss man sich teilweise was einfallen lassen von wegen, ja, hohe Nachfrage und hier gibt es dann noch ein Goodie dazu und sorry. Nein, das fällt dann alles flach, weil du kannst das einfach vernünftig planen. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch kurz auf eine Sache eingehen. Und zwar, es ist extrem wichtig, dass wir einfach von den Besten lernen. Ich meine, warum selbst Fehler machen, wenn wir von erfolgreichen Leuten lernen können. Eine der besten Möglichkeiten, das zu tun, sind Hörbücher. Hörbücher können dich überall begleiten und du bekommst sofort Wissen, direkt auf die Ohren. Wenn du auch auf Hörbücher stehst, dann hol dir jetzt unser Hörbuch Selfmade Millionäre packen aus. Hierfür haben wir hunderte von Interviews analysiert, allesamt von Selfmade Millionären. Dabei haben wir festgestellt, dass es immer wieder die gleichen neun Eigenschaften sind, die sie gemeinsam haben und die Millionäre von Nicht-Millionären unterscheiden. Aber das Beste daran ist, im Hörbuch verraten wir dir nicht nur diese neun Eigenschaften, sondern wir geben dir auch eine genaue Anleitung, wie du dir diese neun Eigenschaften selber aneignen kannst. Hole dir jetzt dein Hörbuch auf tomstalktime.com slash Eigenschaften und erfahre, welche Eigenschaften dich auf deinem Weg zum Millionär unterstützen. Selfmade Millionäre packen aus. tomstalktime.com slash Eigenschaften So, jetzt wo wir verstanden haben, wie mächtig die KI-gestützte Datenanalyse und Vorhersagen sind, lass uns noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Und zwar die Verbindung von internen und externen Datenquellen. Das habe ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen und versucht zu erklären. Also hier wird es nochmal wirklich richtig spannend. Es geht nämlich nicht nur um deine internen Daten, die du von deinen Kunden zum Beispiel hast, also deine Verkaufszahlen, Kundenfeedback oder Lagerbestände und sowas. Was die KI wirklich stark macht, ist die Fähigkeit, auch externe Datenquellen, wie Markttrends, Wettervorhersagen oder sogar Social Media Insights mit einzubeziehen. Stell dir vor, du verkaufst zum Beispiel Regenjacken. Die KI erkennt genau, dass in deiner Region demnächst eine Regenperiode bevorsteht und schlägt vor, dass du jetzt schon mal verstärkt Werbung für diese Jacken machst und dein Lager schon mal ein bisschen aufstockst, damit du die Jacken oder das Produkt dann direkt auch vorrätig hast. Und natürlich macht sie für dich auch direkt Werbestrategien, erstellt die Kampagnen, um die Leute so ein bisschen darauf vorzubereiten, hey, die Jacken brauchst du oder diese Regenschirme oder was auch immer gerade eben passiert. Oder sie sieht, dass deine Zielgruppe gerade auf Social Media über nachhaltige Mode spricht und empfiehlt dir, das eben in deiner Marketingstrategie zu berücksichtigen. So, also du bist quasi mit diesen ganzen Sachen im Hier und Jetzt ziemlich gut aufgestellt und auch noch, dass du quasi auf äußere Einflüsse auch noch perfekt reagieren kannst. Also du hast beides durch diese Verbindung dieser beiden Datenquellen eigentlich perfekt miteinander kombiniert. Jetzt kommen wir zum Schluss zu einem meiner Lieblingsteile, nämlich das Thema personalisiertes Marketing. Mit KI kannst du deine Marketingstrategie extrem und ich meine wirklich richtig extrem zielgerichtet gestalten. Die KI analysiert nicht nur, was deine Kunden wollen, sondern auch, wann der beste Zeitpunkt ist, um sie anzusprechen. Mal ein Beispiel. Wenn die KI erkennt, dass einer deiner Kunden immer mittwochs um 18 Uhr online irgendwo shoppt, also jetzt gar nicht bei dir, sondern keine Ahnung, auf Amazon oder sonst wo, dann schlägt sie dir vor, genau zu diesem Zeitpunkt eine spezielle Aktion per E-Mail zu verschicken, die dein Kunde eben dann bekommt, wenn er sowieso gerade in Kauflaune ist. Weil warum soll der nur bei anderen kaufen? Der kann ja dann schließlich auch bei dir irgendwas kaufen. Und das Ergebnis von solchen Kampagnen ist natürlich, dass nicht nur die Öffnungsrate durch die Decke geht, sondern du natürlich auch mehr verkaufst. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, aber es funktioniert tatsächlich. Und je besser du deine Zielgruppe kennst, desto erfolgreicher wird deine Kampagne oder deine Kampagnen. Du wirst natürlich mehrere als nur eine fahren. So, das soll es für heute zum Thema Datenanalyse mit KI und Vorhersagen für Geschäftsentscheidungen auch langsam gewesen sein. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Informationen für dich mitnehmen. Hier nochmal zusammengefasst die wichtigsten Punkte. KI-gestützte Datenanalyse hilft dir, riesige Datenmengen zu durchforsten, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen, die dir einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Und das Beste daran, durch die Kombination von internen und externen Datenquellen kannst du deine Entscheidung noch präziser treffen und dein Marketing hochgradig personalisieren. Also, und unterschätze diese Kombination von internen und externen Daten nicht. Das ist wirklich ein echten krasser Scheiß nochmal. Also, was waren deine wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Episode? Schreib es mir doch einfach als Kommentar in deiner Podcast-App oder auf Social Media oder natürlich auch direkt als E-Mail an Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, möchte ich dir noch unser Hörbuch Selfmade Millionäre packen aus. Diese neuen Eigenschaften führen dich zum Erfolg ans Herz legen. In diesem Hörbuch fassen wir die wichtigsten Eigenschaften zusammen, von denen Selfmade Millionäre in unseren Interviews berichtet haben. Sichere dir dieses Wissen zum Sonderpreis unter tomstalktime.com slash Eigenschaften. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Ist ja klar. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Spaß für die kommende Woche. Und ja, wie immer ganz wichtig, denke immer daran, wer will, findet Wege. Und wer nicht will, findet Gründe. Also, ciao, mach's gut. Dein Tom. Möchtest du als Unternehmer deine Reichweite maximieren? Dann werde jetzt Gast in unserem Podcast, dem größten deutschsprachigen Unternehmer-Podcast weltweit. Betrete die gleiche Bühne, auf der schon viele Prominente als Interviewgäste zu hören waren. Durch deine Teilnahme als Interviewgast positionierst du dich als der Experte und profitierst von der Aufmerksamkeit unseres hochwertigen Publikums. Besuche jetzt unsere Website unter tomstalktime.com und bewirb dich als Interviewgast. Wir freuen uns darauf, deine einzigartige Perspektive mit unserem Publikum zu teilen und gemeinsam deine Marke zu stärken. Besuche jetzt tomstalktime.com und klicke auf jetzt Interviewgast werden.